Ja! Was? Hä? Was? Was ist da jetzt los? Ben hat mich weggedrückt mit seinem Motorrad. Uiuiui. Ben hat mich mit seinem Motorrad weggedrückt. Ich hab mit allem gerechnet, Alter. Ich wollte dich nur nicht an mir vorbeilassen. Ich wollte nur fertig bleiben. Du drückst mich einfach weg. Ich wollte nur nicht mehr weg. Ich wollte nur nicht mehr weg. Ich wollte nur nicht mehr weg.